Wir zocken Horror, aber heute nicht alleine, weil einfach damn viel zu viel Schiss, deswegen machen wir das heute mit Max, der genauso viel Schiss hat. Perfekt, oder? Max hat heute Geburtstag auch noch. Ey, wir singen für ihn. Wie alt wird Max, damit es nicht peinlich wird? 19 wird der Boy. Ach stimmt, klar, wir haben doch seinen 18. doch angestoßen. LOL. Max, hörst du mich? Ja, ich hör dich. Hi. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Was hast du bekommen? Happy Birthday, Max. Happy Birthday to you. Einmal Happy Birthday für Max in den Chat. Ja, wie geht es dir? Hi. Tja, mir geht es gut, Mann. Hast du Bock auf Horror? Ich habe gar keinen Bock. Ich weiß auch gar nicht, wie ich wieder hier reingerutscht bin, Alter. Ja, ich habe einfach geschrieben und du hast so gedacht, so, ja, Mann. Ja, Mann, lass wieder Horror machen. Der Chat demanded es. Wir haben eine komplette Community verloren, weil ich aber nicht mehr Horror gespielt habe. Gibt es noch eine Reaction für die? Sorry. Du trinkst nicht mehr auf dem Stream, ne? Ich trinke jetzt immer nur vor und nach dem Stream. Ne, warum? Ach so. Willst du machen, dass wir bei einem Erschrecker einen Zip oder was? Ja. Du bist jetzt 19, ne? Ja, aber ne, ne, ne. Ey, Bruder, das ist Geburtstag. Du darfst, sag, wenn ich nackt streamen soll, dann mache ich das jetzt. Jo. Klar, ich trinke, das ist kein Problem. Auf deinen Geburtstag. Ja, dann komm, dann stoßen wir an. Wir machen auf ein Zip auf jeden Erschrecker, den wir machen, oder? Okay, okay, ein Zip. Okay, komm, ich hole mal was. Oh, ich habe Fenster aufgelassen bei mir im Wohnzimmer. Es ist halt alles da reingeregnet, nass, der Teppich nass. Fängt an zu schimmeln schon. So, ich habe mir einen Gin gemacht. Es gibt immer einen kleinen Schluck, ja? Auf einen Erschrecker. Ich bin wieder weg. Ähm, hostest du oder hostest ich? Ja, mach du mal einen Host. Okay. Ähm, Ju, es ist, wir müssen uns gleich muten, ne? Wir hören uns in-game. Oh, damn. So, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ich höre dich voll leise, Mann. Das ist wieder Kacke. Ehrlich? Hörst du mich voll voll leise, oder? Äh, ja, nicht laut. Nicht laut? Also, im Spiel, hörst du mich denn gut? Ja, ich höre dich super. Warte, ich will jetzt auch ein Outfit. Oh, Gott. Hä, 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 hä? Warum, warum? Ich will einfach diesen Bré haben hier. Nein, ich will diesen Kai haben. Den Kai? Ja, den hier. Oh, Alter, ich will doch nicht Sarah sein hier. So. Gut, ich bin Kai. Nimm nicht den Kai, weil ich dich so ein Schwein. Warte auf den Spielbeginn durch den Host. Bruder, da steht Warte auf den Spielbeginn vom Host. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Also, ich höre dich nicht, aber bei mir ist gerade so ein Intro. Bei mir ist gerade so ein Intro. Ach so. Und ich habe gedacht, du liest das gerade die ganze Zeit. Nee, nee, bei mir steht einfach nur Warte auf den Spielbeginn durch den Host. Oh, ja gut, dann habe ich jetzt nichts gelesen. Scheiße. Ähm, siehst du was? Ich sehe nur... Ich bin nicht alleine hier drin. Oh, jetzt. Warte. Oh Gott, ich hasse es. Oh Gott, Alter. Oh Gott, heil. Du siehst aus wie diese Palina Rodzinski, oder? Ja, du siehst aus wie keine Ahnung was. Bruder, ich sehe aus wie Cobra Kai. Was willst du? Komm, nerv mich nicht. Mit rechts hier kann ich zoomen. Kann ich Taschenlampe nutzen. Oh ja, lol. Ah, da kann man Spuren finden. Okay, okay, okay. Oh, warte, oben rechts, wenn du das Blaue aktivierst, dann, äh, geht das runter. Ne? Vorsicht. Das ist nämlich für eine gewisse Zeit. Wollen wir, ähm... Ein bisschen rumknutschen, komm. Knutschen wir ein bisschen rum. Ja, okay. So, okay. So, lass mal einfach die Leute suchen hier. Die haben eh keine Angst, komm. No trespassing. Jo. Trotzdem, einmal rüber da. Geht nicht. Natürlich. Okay. Wir müssen jetzt ganz, ganz weise da rangehen, ja? Ganz behutsam. Ja, ich bin ready. Wir gehen außen rum. Hier, guck mal, hier können wir durch. Geh da mal durch. Wie denn? Ja. Ja. Warte. Oha. Ja. Ne, geht nicht. Funktioniert nicht? Gut, dann gehen wir. Gehen außen rum, wir sind smart. Sneaken tust du mit C, by the way. Ah, hier können wir nicht durch. Das ist einfach eine invisible Mauer. Ey, Digga, ist meine Facecam nicht viel zu groß? Ist ja schon wie bei Trimax, Alter. Trimax hat man schon so 50% Facecam und 50% Spiel. Können wir hier hoch auf den Deckel vielleicht? Oh ja, läuft. Und. So mache ich es besser. Okay. Jetzt meine Fressen, ich kann das sehen. Ah, hier hoch. Ja, easy. Ja, easy. Danke. So, hier liegt ein Zettel neben dir. Oder? Ja? Wie springt man? Du musst zuerst auf die Reifen. Ja, diese Horror-Logic immer, ne? Ja, so, hier liegt ein Zettel. Es war nicht einfach, die Ziegen für das Beschwörungsritual zusammenzutreiben. Gut, dass ich so viel verdammtes Heu hatte. Langsam frage ich mich, ob es eine gute Idee war, es alleine zu tun. Nathan hatte mir immer gesagt, dass ich bei meinen Leuten sein sollte, wenn die Zeit gekommen ist. Ich fühle mich seltsam, als würde meine Haut brennen. Ja, dann rein da in die. Ja, einmal rein. Wo gehst du denn? Okay, lass mal hier. Hier liegt Stroh. Wie hast du das auflesen können gerade, das andere? Ich habe Stroh. Genau, okay. Ich glaube, das Ziel ist so. Wir müssen Ziegen verbrennen, ritualisieren quasi. Dafür müssen wir die halt verbrennen und dafür brauchen wir Heu. Natürlich, ne? Da ist Eul. Da ist Eul. Nehme ich das auf? Nehme ich das auf. Nehme ich das mit. Ja, bis jetzt ist es aber noch nicht so gruselig, oder? Ja, bis jetzt ist es easy. Das ist jetzt ja easy. Ah, Feuer. Feuer können wir auch mitnehmen. Kann man hier, kann ich hier Feuer reintun? Jo, also bis jetzt geht's voll. Was war das? Oh Gott, ich muss einen Shot nehmen. Ah, fick nicht. Oh Mann. Ah komm, ich habe keine Angst vor dem. Was will der mir eigentlich antun? Hallo? Ah, ist zu. Oh, Mad Kid. Jetzt liegt der Stroh hier. Ja, geil, dass man immer nur eine Sache nehmen kann, ne? Das ist wirklich nice. Ich liebe Horrorgames, Alter. Oh, hier geht's weiter. Hier hinten ist ein Kessel. Ah, hier, hier, guck mal. Die Feinis, Alter, die sind nicht so fein, ne? Die haben rote Augen. Die sind doch schon selber verflucht, Alter. Sollen wir die freilassen oder nicht? Sie benötigen einen Schlüssel. Ja, dann suchen wir mal einen Schlüssel. Ja, hier hinten, guck mal. Hier hinten ist noch so ein Käfig. Ah, okay, hier müssen wir verbrechen. Bruder. Was denn? Was machst du? Ja, weiß ich nicht. Lass einfach nochmal einen Old Tank holen. So, hab noch einen. Hab Schlüssel, hab Schlüssel. Nice. Hier ist ein Zettel. Das ist alles, was sich die Beobachter erhofft haben. Es ist fast an der Zeit, die Ziegen zu opfern. Und das muss ich sein. Wenn ich jetzt noch jemanden einbeziehen würde, könnte ich meine Verbindung zu Azazel brechen und dann würde er verbannt werden. Warum zittere ich? Also, bis jetzt zittere ich gar nicht. Also, bis jetzt noch entspanntes Spiel, oder? Ja, bis jetzt geht's eigentlich voll klar. Entspanntes Spiel. Ja, mega. Machen wir das Ding mal auf hier. Kleine Feinies, komm mal raus. Ah! Oh Gott. Ficker, Alter. Die sind weg. Okay. Bruder. Was ist passiert bei mir? Sie sind aber abgehauft. Ich konnte die auch nicht picken. Sie sind da. Oh, da. Guck hier. Du kannst nicht bei einem Horror-Game jetzt mal sagen, guck hier. Ich weiß nicht, was du meinst. Hier? Ähm. Ja, warte. Da. Okay. Alles so. Okay, du gehst einfach rein. Okay. Ja, ich hab keine Angst. Spiel so easy. Entspannt. Entspannt, entspannt. Alter, ich bin so strong geworden. Einfach mentally strength. Ich dachte, hier liegt gleich einer. Oh, hier. Zettel. Lies mal. 17. Oktober. Ich höre Azalets Stimme in meinem Kopf. Spüle seine Wut in meinen Adern. Ich habe das Gefühl, dass ich die Kontrolle über ihm verliebe. Ich verstehe das nicht. Ich kann die seltsamen Worte, die aus meinem Mund strömen, nicht aufhalten. Während ich sie spreche, erheben sie sich seine Lakaien überall um mich herum. Und? Und da steht nichts mehr. Ja. Das war's. Hier können wir rein? Jawohl. Schlüssel. Schlüssel. Ah ja, 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 ja. Gut, gut. Brauchen wir für die Tür. Ja, komm mal hier hoch und mach mal hier die Tür auf. Willst du nicht? Oh, scheiße. Ne, ne, ich gucke mir das von Weitem an. Ab. Ja, geh mal rein. Geh mal rein. Okay. Hallo. Stopp. Ne, da ist nichts. Alles safe. Okay, dann komme ich mal nach. Oha, was bist du denn für ein... Was bist du denn für ein... Bruder. Wann... Waren die Messer eben auch schon... Ja, doch, doch. Kennt ihr das, wenn man so einen kleinen Bruder hat? Mega, der abfuckt. So, komm mal her. Ja, die Messer waren, by the way, schon vorher. Die Bilder sind schön, die sind schön. Würdest du so eins kaufen? Ja. Da vorne ist was. Wo? Wo ist was? Hier ist nichts. Dicker! Bah! I. Geh mal weg, geh mal weg. Geh hinter mir. Oh Gott, I. Okay, einer muss... Einer muss nach vorne. Okay. Ich mach das, weil ich der Jüngere bin. Okay, immer den Jüngeren vorschieben. Nee, nee, warte mal, nee. Eigentlich der Ältere. Du hast schon mehr erlebt als ich. Du bist all... Ich bin straight up hinter dir. Eieieieiei, das sieht nicht cool aus. Nee, die sieht widerlich aus, ne? Die labert auch ein bisschen. Hey, ich muss nicht trinken. Ich hab mich noch nicht erschrocken. Warte, ich öffne einfach mal eine Tür links, ja? Sie ist zu. Lass mal hochgehen irgendwie. Weiß ich nicht. Ich geh hoch. Ich geh hoch. Easy. Gruselig ist das Spiel. Erstmal noch gar nicht. Dieses Flackern fackt so sehr ab. Wo bist du? Oh Gott. Hier ist eine Kerze. Was flackert denn? Sind das unsere Taschenlampen? Nee, nee. Hier oben ist Licht, glaube ich, oder? Ja, macht ja Sinn. Das Flackern macht mich verrückt, Alter. Das macht mich richtig verrückt. Ja, wirklich. Das ist echt... So. Okay. Wenn ich gleich so um die Ecke komme, ne? Ja, was macht man denn jetzt? Geh ich jetzt nach vorne, oder was? Hi. Na? Ah! Okay. Nicht dein Ernst, oder? Was denn? Das ist weg. Ja, natürlich. Ich bin einfach nach vorne gelaufen. Easy. Wenn, wenn die flackern, dann ist die Gestalt am Jagen. Ach so. Wie Pacify also. So wie Pacify, ja. Oh, Bruder. Warum ist das Lampen gespielt? Ich habe Schlüsse. Für Keller. Julian hat Kellerschlüsse gefunden. Alles klar. Wo bist denn du? Nö, Ju. Oh, nö. Oh, nö. Ah! Ah! Wo bist du? Die kommt da runter. Die kommt nicht. Da ist niemand. Da ist niemand. Da ist niemand. Doch, doch. Guck. Ich kann dir genau zeigen, wo die ist. Guck. Geh hier hoch. Geh hier hoch. Ich geh da nicht hoch jetzt. Trau dich. Ey, du wirfst Schatten. Ah! Oh, da ist sie. Oh. Die macht nichts. Das ist ein spannendes Wesen, ne? Das macht nichts. Da ist eine Tür. Ey, ich habe mich doch nicht erschrocken. Chat, überhigt euch. Hast du den Schlüssel für die Bibliothek? Für den Keller. Die kommt, die kommt, die kommt. Ah! Hilfe! Boah, ich dachte, du... Alter. Okay, weg, 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 weg. Oh, hier geht's auf. Oh, ich kenne die Map einfach noch gar nicht, ne? Ja, same. Bei Passify könnte man sie zumindest irgendwann auswendig. Konntest du sie nicht auf dem fünften... Oh, Zettel! Okay, äh, nee, Okt... Fragezeichen. Sie scheiden das Licht zu fürchten. Ich habe ja Versuche... Was? Ich versuche... Ich habe doch schon... Schreiten. Aber Hilfe! Verteilen sie mir! Okay, sie fürchten das Licht. Ja, dann lass sie einmal mit Licht... Ah! Oh, ich bin erschrocken. Alter, die kommt ganz langsam, ganz langsam. Okay, iss, iss. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt! Okay, wohin, wohin? Weg, 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 weg! Oh, mein Gott, die kommt! Weg, 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 weg! Ja, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme, ich bin direkt hinter dir. Nee, geht nicht. Doch, hier rein. Okay. Hier ist ein Fernseher! Der piept! Ausmachen. Oh, nee. Kann ich nicht. Ey, hier sind wir gefangen, Alter. Wir können hier nicht drinbleiben. Ähm, lasst folgen. Okay, wir sind in Sicherheit, wir sind in Sicherheit. Dammit. Ich weiß halt nicht. Also, warte mal. Wir sind wieder rein. Okay. Ja, dann lass einmal wieder rein. Komm. Egal. Immer noch rein. Oh! Oh! Äh! Äh! Aber macht die überhaupt was? Warte. Ich weiß es nicht. Wollen wir an der vorbeilaufen? Wir laufen einfach schnell vorbei, oder? Ja, ich hab... Ja, weiß ich nicht. Na? Fürchtest du das Licht? Aber die macht nichts. Du Arsch. Wir rüsten die, Alter, mit unseren Ultraschallwellen. Dankeschön dafür. Das ist viel, viel Dank. Die bewegt sich aber nicht, wenn wir Licht drauf... Warte, lass mal Licht ausmachen. Dann kommt sie, dann kommt sie, dann kommt sie. Okay. Wer will mich? Die kommt aber trotzdem, trotz Licht. Ju, 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 die will... You're mine. Oh, oh! Was ist das? Ah! Die kommt! Die läuft! Die kann laufen! Nein! Ah! Ah! Gott, die ist es! I! 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 Ju! Ju, bitte! I! Ju, geh weg! Ju! Ju! Ah! Hörst du mich? Äh! Ja, Ju, wo bist du? Brenn, du Arschloch. Ju, bitte! Ich bin ganz klein. Wo denn? Ich bewege mich irgendwie von selbst. Hä? Bist du das Tier, weil ich dich gerade anblende? Anblende? Nee. Hä? Ich bin ein ganz kleines Wesen. Ich weiß nicht, was ich bin. Oh Gott! Ich werde genommen! Ich werde genommen! Irgendwas nimmt mich. Irgendwas bewegt mich. Ich gehe, ich bewege mich nicht, aber ich bewege mich. Ja! Da bin ich! Hallo! Hier bin ich! Ja, ich halte dich! Ich halte dich! Ja, hier! Oh ja, easy! Oh gut, okay! Boah! Guck mal hier, komm mal her, komm mal her! Ich habe ein neues Gestalt gefunden! Guck! Warte, hier draußen müsste das irgendwo sein? Hallo? Ja, hier, guck! Was ist das denn? Weiß ich auch nicht! Stirb, 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 alter, stirb! Oh, du hast es verbrannt! Ich habe es verbrannt, alter! Alter, so ein Arsch! Okay, äh, wie war der Erschreckungsmoment eigentlich? War der ja schlimm? Ja, der war auf jeden Fall unangenehm. Ja, wir müssen wieder Schlüssel suchen, ey! Ja, in den Keller können wir jetzt. Das heißt, wir können da schon mal, ähm... Können da schon mal rein und den nächsten Schlüssel suchen. Oh, das ist wie Passify. Ich glaube, wir müssen, je nachdem, wie viele Dinger wir gekillt haben, desto mehr... Schüssel? Oh, Schüssel! Gäste Schlafzimmer? Schlafzimmer! Ich nehme hier den Tank mit. Ach, Ju, das Game... Ich glaube, wir müssen... Das ist das gleiche wie mit den Babys. Wir müssen einfach die Geißlein verbrennen. Die Ziegen verbrennen, glaube ich, oder? Naja, hier... Hier waren wir noch nicht. Das ist hier. Natürlich. Natürlich, hier ist gar nichts, hier ist gar nichts. Zieh es weg. Also, hi. Ja, sie ist wahrscheinlich wieder oben. Weiß ich nicht. Da leuchtet was? Die waren noch nie oben. Oh ja, Schlüssel! Geil! Wow! Bibliothek können wir auch rein? Bibliothek. Mhm. Aha, aha. Aha. Ja, es ist spannend, was man alles hier findet. Mhm, mhm, mhm. Ich bin jetzt schon wieder heiser, ne? Ist unglaublich, Alter. Oh Gott. Sollen wir hoch? Ähm, können wir da jetzt rein? Ja, wir können da rein jetzt, guck. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Ich hab' geraten, das war richtig. Ja, dann lass doch hoch, oder? Du hast grad gelacht, wie goofy. Was ist das, Batterie? Du hast ne Batterie? Oh nee, oh nee, sind die Lichter mit Batterie gefüllt? Hä? Oh nee. Drücke R, um eine Batterie zu benutzen. Oh. Okay. Hast du schon R gedrückt, Ju? Ja. Ah, hier sind noch mehr Ziegen. Die kleinen Feindies, aber die lassen mich nicht raus. Sie sind cursed, Alter. Sie sind cursed. Wenn sie auf euch zuläuft, dann mit der UV-Lampe an. Okay, check. Alter, wir sind jetzt sowas Hartes. Hast du die Batterie schon gelöst? Ja, ne? Hab ich schon, ja. Okay, gut, gut, gut. Dann gibt es uns mehr Dingens. Hier ist kein Schlüssel. Nee. Lass mal hier runtergehen. Wirst du nicht andersrum runter? Ja, okay. Weil hier waren wir noch nicht. Hier runter. Vielleicht springt's euch auch gleich entgegen, aber gut. Sollte nicht. Oh! Schlüssel! Hab'n Schlüssel, aber. Ah. Lese sie. Hi. Ich glaube, wir dürfen die auch nicht zu lange angucken. Wir müssen ihren Rhythmus kennenlernen. Okay. Wann sie was macht. Alter, du bist ein Gangster. Oh, nee. Ich bin sowas von ein Gangster, Alter. Du bist so... Oh! Oh! Mach zu! Hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich, hab' ich. Ist das offen? Nee. Kinderzimmer, Alter. Du bist so krass. Du bist so ein krasser Typ. Bruder, ich bin so krass, Alter. Ja, wirklich. Du bist echt... Jesus Christ. Dankeschön, Schade. Vielen, vielen Dank. So. Ähm. Alter, ist das hässlich. Hast du auch... Du warst auch nicht gerne in ein Kinderzimmer, ne? Nee. Wir hatten auch kein Kinderzimmer damals. Was denn? Die ist da draußen. Die ist hinter dir. Just saying. Ah! Was? Nimm die mit, die Ziege! Ja, ich will die boxen. Ah, fuck. Wie, was mach' ich? Hey, wo bist du denn? Ich will jetzt Ziege haben. Okay. Lass, 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 lass diese Ziege holen. Scheiß Ding. Können wir die irgendwie boxen? Hallo? Boah. Ah, wir müssen Heu vor der Ziege lassen. Ah, wir haben kein Heu. Oh, nee. Ich hab' ich hab'n's, äh, Koffer dabei. Wenn du wieder tot bist oder ich, weiß ich nicht. Wir brauchen das Stroh. Ah. Okay, wir brauchen Stroh. Ja, wollen wir, soll, willst du Stroh holen gehen? Ich geh' Stroh holen. Ich komm' mit. Ja, besser, dass wir zusammenbleiben, oder? Bei so'n Horrorspiel. True. Zwei Minuten später, wir sind wieder getrennt. Perfekt. Safe. So. Äh. Nee, hier sind wir rausgekommen. Hier sind wir, hier haben wir gestartet. Aber hier ist Heu draußen. Hast du Heu? Hab' Heu. Ah, perfekt. Chillig. Okay, gut. Perfekt. Let's go. Dieses kann, dieses Ding kann uns nicht. Ziegen kommen nur im Dunkeln. Lass mal. Oh, da ist noch eine Batterie. Nehme ich mal mit, ganz kurz. Chillig. Moin. Ach, Bruder. Ich hab' gar keine Angst. Lass den. Ja, okay. Ja, true. Lass einfach durchlaufen wie Männer. Ja. 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 Hier ist, ah, nee. Hier ist nix. Hab' nix gesagt. Kommt rein, dann ist die Küche. Ich hab' schon Angst, wenn du mich alleine lässt. Ja? Bitte mach das nie mehr wieder. Ich hab' Angst. Wie ein kleines Kind. Ich hab' das nicht. Oh! Oh mein Gott. Okay, alles gut. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Tchuu. Ah. Tchuuu. Ah. Achso, das bist du. Haha, okay. Du Arsch. Jetzt trink mal ganz kurz, ja? Ziegen kommen nur im Dunkeln, ja? Mhm. Ah, für Truppenchatt. Oh. Geh, 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 geh. Du musst geh. Geh drücken. Du musst geh drücken. Lol. Kommt. Der Bruder kommt. Jetzt. Habt Siege, habt Siege. Habt Siege. Wohin? Lass verbrennen. Oh, du bist gut. Verbrennen. Verbrennen. Nein. Nicht da. Nein. Nicht da, nicht da. Wir bist... Die, läuft weg. Nein. Oh, unheu. Oh, unheu. Ja, ja, da hinten ist Heu, da hinten ist Heu. Ich weiß, wo Heu ist. Warte, hier, wie, wie, wo ist sie? Hier hinten, hier hinten, hinten. Komm her, komm her, komm her. Oh, diese scheiß Ziege. Sie, sie, sie liegt da. Sie kommt, sie kommt, sie kommt. Wenn ich jetzt schon... Ach, lauf! Lauf! Komm, da ist ein Miststück. Ich, ich heb's auf. Ich hab's. Und jetzt, ähm, nimm du den Kanister hier mit. Mach ich. Perfekt. Und dann müssen wir hier zu dem großen Feuer, nehme ich an. Oh, da ist wieder so ein Scheißvieh. Stimmt. Geil. Nice. Rein damit, rein damit. Rein mit dieser dreckigen Ziege. Was machst du? Nein! Die Ziege! Nein! Nein! Schnell. Nein! Oh, dieser Stress schon wieder. Ich hab, ich hab, ich hab. Wo ist sie, wo ist sie? Hier, hier, hier. Ruhig. Chill. Ruhig. Chill. Ruhig, du kleines Viech. Ruhig, kleiner. So, und jetzt komm her, Alter. Komm, jetzt wird sie verbrannt. Ja, jetzt wird ja so ein Chicken-Avors gemacht. Ja, ja. Rein damit! Ich kann sie nicht... Junge! Nee! Nein! Mann! Diese dreckige Ziege wird aber nicht verbrennen. Nein, Mann! Stirb doch, du Scheißviech, ey. Wo ist sie? Oh, Mann! Frieden Ziege. Nein, die Ziege muss... Äh, du musst E drücken, nicht G, ne? E muss ich drücken. Achso. Ah, jetzt! Verbrennen! Ja, brennen! 1,4,10. Boah, ich sei aber schnell tot, oder? Oh, oh, oh! Das ist kein gutes Zeichen, oder? Nee. Ähm. Oh! Du Heslon, Alter. Scheiß Arsch. Okay. Ich glaube, sie ist wütend auf uns. Die ist sehr wütend auf uns, ja. Nimm mal Heu mit. Heu ist besser. Äh. Okay, warte, warte. Ah! Die kommt! Hinter mir! Ich hab sie, ich blende sie. Oh. Oh. Anna muss öfter betäubt werden und sie während des Rituals zu beruhigen, wenn Anna's Augen rot sind, hat UV-Licht keinen Effekt. Oh, nee. Oh, nee. Okay. Lass mal schnell Ziegen finden. Läuft die einfach. Läuft die. Dann lass mal schnell Ziegen finden. Oh, ich, wir sinken richtig so im Stuhl hier. Okay. Ziegen. Wir müssen zehn, zehn Ziegen. Wollen wir unten rein? Vielleicht ist unten noch eine Ziege. Ja. Oh, das schwankt die so. Hat die gewinnt. Schön. Die trinkt mit. Die trinkt mit uns. So, ist hier mit... Nimm Heu, 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 Heu. Aber ich hab, ich hab Heu dabei. Geiler. Geiler Typ einfach. Einfach geiler Typ. Hier, wir können rein hier. Gut. Oh, ja, geil. Ist hier eine Ziege? Ziege. Ziege, Ziege, Ziege. Ja, nice, 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 nice. Hier, hab hingelegt, hab hingelegt. Sie kommt, sie kommt. Auf, Junge. Lass mich streicheln. Boah, du bist auch schon hässlich, ne? Warm, Junge. Du bist auch schon ein hässliches Stück. Okay, komm. Das ist wirklich hässlich. So, direkt hier weiter geht's. Abfahrt. So, easy. Wir sind so gut in Horrorgames. So gut sind wir. Wir sind so gut. Wir sind so mutig auch einfach. Wir brauchen eine Kanne. Ah, scheiß auf die Kanne. Äh, warte, ich hole eine Kanne. Ich hole eine Kanne. Ich mach da mit der Kanne. Marisch, wo ist die Kanne? Hier, da ist eine Kanne. Ich komm mit der Kanne. Ich hab ne Idee. Lass es nicht anbrennen. Guck, die bleibt da einfach. Die schläft. Die schläft. Jetzt können wir alle sammeln. Und dann wird die nicht wüten. Okay, okay. Bruder. Okay. Bitte, Motherfucker, burn. Burn, Motherfucker. Oh, oh. Oh, oh. Jo. Lass aber noch die Waren für die sein, oder? Der Roof. Der Roof ist in fire. Oh, es brennen zwei Köpfe. Cool. Ach, wie cool ist das denn? Das wird voll schön hier, wenn wir fertig sind. Das wird voll schön. Lass einfach grillen. Lass einfach grillen. Wollen wir nach vorne laufen? Bruder, wir sind mutig. Wir sind erwachsen. Du bist erwachsen. Du bist so erwachsen. True. Heute bist du sogar ein Jahr erwachsener als erwachsen. True. Haha. Ich brauch auch heulen. Ich brauch auch heulen. Egal. Bin nicht drin. Ich hab so Angst vor denen. Luft ist rein. Okay, gut. Lass einfach jetzt diese scheiß Ziege holen. Wie kommen du eigentlich die Ziege holen? Ich hab ne Rose gefunden, Bro. Oha. Warte, ich will auch. 1 von 25 Rosen. Geil. Vielleicht ist das ein Easter Egg oder so. Ja, ich hab 1 von 25 Rosen. Hier liegt ein Zettel. Haben wir den schon gelesen? Ja, alle Zettel schon gelesen. Komm. Ja, ich weiß nie. Oh ja, hier. Hier ist die dritte. Ah, die kommt. Komm, ich höre sie. Blenden, blenden, blenden. Ja. Die brennt, die brennt. Blut, Bluthaugen, Bluthaugen, Bluthaugen. Die kommt, die kommt trotzdem. Schnell raus, 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 raus. Oh mein Gott, die hat Max. Gott, verdammt. Oh scheiße, die hat Max. Eww. Fuck, Bro, wo bist du? Bist du oben? Bist du unten? Du siehst mich, Stu. Du siehst mich. Ich bin glänzend. Du bist glänzend? Ich glänze. Hey. Was ist mit dir? Ich stöhne nicht. Hä? Was muss ich machen? Was muss ich drücken? Du musst ein Healpad holen. Du musst ein Healpad holen. Oh fuck. Stöhne nicht. So, das bin ich. Lol. Ich stöhne. Warte, bleib, 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 bleib. Ja, ja, ja. Ich hab dich. Mhm. Ach so, ich dachte, du bist eine Zige. Ich such gerade eine kleine Zige. Hat dein Charakter auch so gestöhnt? Ich stöhne. Nur im Privaten. Okay. Cool. Ähm. Ja, okay. Jetzt hab ich keine Angst mehr. Komm, jetzt. Ja, jetzt haben wir keine Angst mehr, Freunde. Hier. Ja, true. Ah! Ich schreie immer wie Homer Simpsons, Alter. Hoch! Hoch! Schnell! Das Ding ist unten. Ich hab mich ebel verschluckt. Was sind denn jetzt hier? Ah! Hier sind keine Ziegen. Ah, wo sind Ziegen? Wir hätten, wenn wir noch Schüsse hätten, könnten wir mehr Ziegen freilassen. Du kleines Mistschick. Hier ist nochmal so ein Tier. What the fuck? Oh, es erscheinen immer mehr, Alter. Oh, oh, das ist nicht gut. Das ist ja gleich übel. Nee. Lass einfach alle Ziegen gleichzeitig verbrennen. Wenn das geht. Ich glaube nicht, dass man das Spiel so spielen kann, ne? Ja, aber die eine lag einfach da drin regungslos. Hier, Batterie, für dich, Ju. Hier, die kleine. Neh, mich. Check. Let's go. Ja, let's go. Nicht dich. Ah! Oh, du kleines Mistschick. Stipp. Hier war wieder so ein Vieh. Okay. Okay. Wo ist gut? Oder? Ich hab ein Kino gefunden. Ich hab das Kinosaal gefunden. Oh, ne. Du? Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Also, wir sind auf jeden Fall getrennt. Ich hab ein Schlüssel gefunden. Nein, nein, nein. Hier, hier, hier. Ich bin hier. Ju? Ja. Hier, guck mal hier. Ich hab einen Raum gefunden. Komm mal her. Der sieht schön aus. Okay. Hier, guck. Hier rein. Hier. Der sieht schön aus. Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Das ist, glaube ich, die Bibliothek. Kann das sein? Ein Schlüssel? Dachboden-Käfig. Dachboden-Käfig. Ich hab den, ich hab den Käfig für, äh, dieses Käfig. Bibliothekschlüssel hatten wir doch schon. Ja, hab ich. Warte, hier. Ah. Ich hab den. Ich hab den Käfig-Schlüssel. Ich hab den Schlüssel für den Käfig. Ah ja, geil. Oh, Rose. Nice. Okay, lass aufmachen. Den Käfig oben, oder? True. Das wieder oben. Ich find ja fast gar keine Ziegen hier. Ja, weil die wahrscheinlich alle in den Käfig wieder reingegangen sind. Nein. Die sind nicht so, nein. Die sind überverteilt. Ja, ich glaube, wir müssen die Räume zuerst finden. Und dann in jedem Raum, den wir aufmachen, ist eine Ziege. So. Hallo, Ziegelein. Jetzt direkt mitnehmen, direkt mitnehmen. Stopp, stopp, stopp. Weg hin, weg hin, weg hin. Kein Ficker, Alter. Das hat funktioniert. Sorry, ich lach jetzt anders. Da! Ziege, Ziege! Leg das Ding, jawoll! Mitnehmen. Jawoll, Alter. Abfahrt. Hast du genommen, die Ziege? Ja, hab genommen, hab genommen. Perfekt. So. Das war die Muster. Alles gut, danke schön. Willst du mitkommen? Ja, ich komm mit. Alles klar. Ähm, lassen wir dir einfach mal liegen. Mal gucken, was passiert, ne? Würde ich jetzt mal... Ah! Das Stück verbrennen. Oh, naja, dieses Game. Ah, nee, hier geht's... Ah, doch, hier ist schnellerer Weg, ne? Hier geht's in den Keller rein, ne? Ja, safe. Wow, 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 was? Ziege, hier ist eine Ziege! Hier ist eine Ziege, ich hab kein Heu. Warte. Fuck! Behalt die im Auge, behalt die im Auge. Ich such Heu. Ja, 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 ich guck sie ab. Die kommt! Ich guck sie an. Okay, 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 okay. Warte. Ich guck sie so mit Stand an. Komm her, Junge. Komm her. Nein, warte, ja. Nein! Komm her. Männich, du bist gleich tot. Komm. Hallo. Hallo. So, lass dich mal beide da reinlegen. Mal gucken, was dann passiert. Hallo. Hallo. Hallo, moin. Ja. Öff das hier. So. Also das liegt jetzt einfach hier am Boden. Ne, kann ich nicht machen. Okay, ja, dann müssen wir. Ähm. Schreit hier. Äh, ne, du musst den Tank holen. Da kommt sie! Was? Oh, shit. Ah, die kommt runter. Ah, die kommt runter. Ah, die kommt runter. Oh, fuck. Ich hatte eine Ziege. Ich hatte eine Ziege. Die kam trotzdem auf mich zu. Hilf mir, hilf mir, hilf mir. Hilf mir. Boah. Okay, wenn die rote Augen hat, dann darf man nichts machen. Dann brauchst du dich auch nicht anzuleuchten. Ja. Wo bist denn du jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Scheiße, die Ziege verloren. Das ist so dumm. Ja, hier ist unsere Ziege. Die läuft einfach hier frei rum. Ah. Mehr selber in draußen, Junge. Ja. Du, ich hab was. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Mach hin. Ich komm zu dir. Ja, da bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Naja. Oh mein Gott. Wo ist die Ziege? Hier liegt die irgendwo rum. Hier. Hier, hier. Guck, die läuft einfach da. Okay, okay. Hier ist noch eine Ziege. Oh, fuck. Oh, shit. So. Tot. Oh, noch eine Ziege. Oh mein Gott, hier sind so viele Ziegen. Oh mein Gott. Fuck. Scheiße, wir brauchen Heu. Wir brauchen Heu. Ja. Oh. Nicht sie anleuchten, bitte. Ich glaub, ich hab, die hat das nicht so gerne, wenn wir nah an der sind. Meinst du? Das glaub ich nicht. Hier geht nicht. Das Män geht mir dezent auf den, auf den Dingens jetzt. Ah, hier ist kein Heu, Alter. Warum ist das, was ist das für ein Haus, wo kein Heu drin ist? Alter, zwei Ziegen aufeinander. Du darfst nochmal hinlegen mit G, ne? Ich leg einfach hier, Schuh, hier mitten. Hier lege ich ein Ding hin. Ein Mad Kid. Dann wisst du, wo das ist. Genau. Immer an der Tür. Oh, du Scheißziege. Oh, so viele Ziegen und kein Heu, Alter. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich glaub, ich muss schon zwei mal trinken. Hier sind fünf Ziegen. Fuck. Fuck, aber kein Heu. Wir brauchen Heu, Freunde. Oh nee, es ist noch eins. Also Heu gibt's nur im Keller und draußen. Alter, hier laufen alle Ziegen. Ja, ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Oh, auch ne Blume. Danke. Komm hier, lass sie hier raus. Hier links. Hier ist noch ne Ziege. Oh, fuck. Oh, Bär. Maul. Liegt das eine Ding eigentlich immer noch da drinnen? Ich hab Heu. Könnt ihr bitte Squatstream machen? Chat, Squatstream geht leider nicht. Max hat doch seine Vaterschaft nicht. Yes. Hast du doch gerade eine verbrannt? Ja. Klingt ziemlich böse. Die klingt auch ziemlich nah gerade. Kannst du... Du hast einen Tang. Okay. Komm, wir verbrennen noch eine. Ja, ja. Wir haben ja kalten Schiss. Wir sind so gut, ne? Wir sind so gut. So, danach trink ich Schocks. Easy. Verbrennen dieses Stück. Jawollo. Vier von zehn. Vier von zehn. Hä? Hatten wir nicht schon fünf? Okay. Ja, Junge. Wir brauchen Heu. Ne, lasst uns erstmal Heu holen. Judy ist ziemlich nah an uns, ne? Nein. Okay, jetzt weg, 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 weg. Lauf, 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 lauf. Holy shit. Ja, ja, ja. Und nimm Heu mit, wenn du kannst. Äh, ja, hab ich, warte. Nee, hab ich nicht. Ja, da ist noch so ein fucking hessliches Stück. Wo sind die ganzen dreckigen Ziegen jetzt hin, Alter? Die sind... Tausende waren ja hier. Ja, ja, hier. Ja, die Ziege, Ziege. Alter, wir sind so gut. Wir haben Horrorspiele einfach durchgespielt. Ah! Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Oh mein fucking Gott. Scheißdreck, Scheißdreck, Scheißdreck. Medikett, Medikett. Oh mein fucking Gott. Ich hab Seitenstechen. Oh mein Gott, ich bin so strong. Ich hab Seitenstechen. Oh fuck, jetzt hab ich diese Ziege losgelassen. Scheiße. Max, wo bist du? Ah, hier. Ich bin... Weiß ich nicht. Ich bin... Hier. Hi. Danke. Oh mein fucking Gott. Diese B. Fuck. Ich hab kein Heu mehr, ich hab kein Heu mehr. Ich hab ein Heu, ich hab ein Heu, ich hab ein Heu, ich hab ein Heu. Ja, dann hol die Ziege jetzt hier. Hier, 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 Schu, 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 Schu. Komm her. Hier, hier, hier. Der Baum liegt noch. Ja, ja. Ich komm, ich komm, ich komm. Das Ding hier. Wo hin? So. Ähm, hier hinten ist noch ein Tank. Hast du einen Tank? Nee. Hinten liegt noch ein Tank, wenn du willst. Komm her, du Scheißziegel. Wo? Hier ist ein Tank. Hier, hier, hier liegt der Tank. Okay. 15 Zieger. Let's go. Ich hab so... Ich hab mich so erschockt. Ich hab Seitenstechen bekommen. Lass gleich nochmal einen Medic hinten, ne? Das Safe Medi-Kit, äh, in die Medi-Tour. Das hat richtig, äh, gut funktioniert. Oh mein Gott, Alter. Und hier ist Heu auch noch. Fünfte Ziege. Good boy. Let's go, Alter. Get hit. Das Spiel kann uns gar nichts. Imagine, man ist dieses Spiel, ey. Wer ist dieses Spiel? Ja, wer ist dieses Spiel, ey? Die Shots kommen wie... Okay. Chat ist, äh, sauer, weil ich die Shots noch nicht trinke. So, ich muss jetzt einmal exten. Das ist nicht viel. Aber ich kann jetzt auch nicht abhauen. Wir müssen gleich rennen, ne? Ist es so klug, wenn wir hier warten? Lass uns hierher rennen. Dann können wir außen rumrennen. Ja. Wenn ihr hierher kommt, dann können wir einfach außen rumrennen. Machen wir. Finde ich gut. Alles klar. Macht dir das Spiel Spaß? Nein. Dicker, wie lachst du, Alter? Richtiger Goofy bist du geworden. Mit 19 Jahren einfach Goofy geworden. You can be anything you want. Say no more. Okay. Ich glaube, die kommt, ey. Okay, dann rein da. Rein da. Okay. Kommt eh gleich wieder von hinten. Dann magst du es nämlich. Ich mag es von hinten. Oh, süß. Johnny, danke schön. Ja, die hat mich letztens hier gecatcht, ne? Oh, oh. Oh, oh. Sie huntet, sie huntet. Medikid, 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 Medikid. Ich hab Medikid, ich hab Medikid. Ja, tu in die Mitte. Ich, ich leg's dir, ich leg's dir hier hin, ja? Hier vor die Haustür, okay? Vor die Haustür draußen, ja? Ja, hier, hier, hier. Okay. Okay. Let's go. Let's go, Ziegenfarming. Hier waren noch so viele Ziegen. True. Man, diese Ziegen. Kein Bild. Oh. Ich hör sie. Da, Ziege, Ziege. Voll die Ziege. Wo, Ziege? Hier. Oh, die Junge. Wollen wir die nicht am Leben lassen? Weil wir verbrauchen nur unsere Batterie für die. Hier ist das Blaue. Was? Was, was, was? Wiss ich nicht. Hab nix gesagt. Ich bin konzentriert. Kannst du Container holen? Wir verbrennen die direkt. Yo, 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 yo. Ich hab nen Container hier gesichert. Geil, Alter. Wir sind so gut. They got you. Das ist, das ist Pacify-Feeling. Alter, das ist Pacify. Wir haben einfach zu viel Horrorspiele gespielt. Wir können's einfach. 6 von 10 dämlichen Ziegen, Alter. Bruder, wir sind so gut. Das ist einfach too easy for that. Schaut mir das erste Runde. Schaut mir das erste Mal. Das ist der Übelklang. Weg da, weg da. Und rein. Wir gehen. Oh, shit. Da ist sie. Hilfe. Oh, mein Gott. Bruder. Bruder. Fuck, 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 fuck. Sie nimmt mich. Und sie ist irgendwie sehr attraktiv. Fuck, 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 fuck. Bruder, ich bin wieder in diesem Haus. Ich bin im Haus drin. Ich bin im Haus drin. Okay, ich hol das Messkit, ja? Ja, 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 ja. Die war so schnell da, die war so out of nowhere. Boah, die war einmal, die war auf, die kann sich beamen jetzt, Alter. Die hat Teleport freigeschaltet. Shit, ich hab nichts mehr zu trinken gerade. Die jetzt, ja, ich auch nicht, schon lange nicht mehr. Oh, fuck you. Fuck you, fuck you. Ich versuch rauszukommen, ich versuch runterzukommen. Ja, ich bin aus, ich bin vorne bei der Haus hier. Ja, 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 okay, ich komm raus, ich komm raus. Sehr gut, ich seh da nicht. Oh, ey, perfekt. Stimmt dein Boy eigentlich auch so? Ja, ja. Okay. Okay. Warte, ich nehm Heu. Lass nochmal ein Madkit finden. Ja, ähm, nimmst du Heu mit? Okay, lass nochmal ein Madkit finden. Ja, lass ein Madkit finden erst mal. Weil wenn wir ein Madkit haben, sind wir ziemlich safe. Bitte? Mit Madkit sind wir immer safe, ja. Äh, true. Solange wir ein Madkit finden, ist es okay. Okay. Hier ist nichts, ne? Okay, sie ist hier oben. Okay. Sie geht auch nach oben. Also ich will jetzt mal so ein Madkit finden tatsächlich. Weil wenn ich so ein Madkit habe, weiß ich, dass einer von uns sterben darf. Sie ist einfach nicht. Sie kommt! Sie kommt! Wo ist sie? Ich seh sie nicht. Warte, warte. Los, durch die Füße. Also wenn es flackert, dann ist sie am Hand... Sie hantet! Sie hantet, sie hantet, sie hantet. Rein, 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 rein. Okay, weg, 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 weg. Scheißdreck, scheißdreck, scheißdreck. Scheiße, scheiße, scheiße. Hoch, hoch, hoch ins Kino. Mein Deutsch verlässt mich immer. Hier! Ja, das ist kein Madkit. Na, das habe ich, habe ich hier schon. Sie hantet. Oh mein Gott. Jawohl, richtig. Okay, wir können die gleich verbrennen, aber wir müssen gescheit rauslaufen. Lass die ganze Tür aufmachen. Wir dürfen nicht sterben. Madkit, Madkit, Madkit. Ja, aber keiner kann nehmen. Doch, nimm du, Madkit. Das ist, glaube ich, wichtiger. Tanks finden wir überall. Lol, ich habe einen Bug gefunden. Ich habe zwei Madikits. Hier sind zwei Madikits. Ja. Er hat einfach gespawned. Lol. Okay, wir müssen schnell raus. Sie hantet. Sie hantet. Da ist sie, da ist sie. Oh mein Gott. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Zurück. Sie ist hinter mir. Runter. Baby ist hinter mir. Nein. Ah! Was? Oh nein Fuck Mann, du Arsch Boah, der hast es aber gegeben Verbal einfach Gut, ich muss das Spiel alleine durchspielen Ich tue, kannst du die Ziege hier rein? Ja Ich suche ein Medikit jetzt Hast du ein Medikit? Ne, habe ich nicht Oh nein, Alter, ich hasse das Spiel alleine zu spielen Egal, ich weiß, wo sie ist Ich kann hier hin-her-laufen Ne, laufe ich nicht Ich laufe zu dir Ich habe ein Medikit Ich bin rechts außen, da, wo wir immer langlaufen Ja, Bruder, ich sehe dich Doch, du siehst mich Ja, ja, ich sehe dich Achso, okay, perfekt Oh, wichtig, Jungs Hör auf zu stehen Ich finde wirklich widerlich Oh mein Gott, Alter Oh, Alter, sind immer mehr von diesen Viechern Oh mein Gott, das Ding, das ist Ah, fuck Nein, nein, da waren drei von diesen Dingern auf dem Boden Und jetzt Oh, 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 oh I, Junge Fuck I Ah, rip Shit Ach, man Oh, scheiße, wir waren so gut Ey, war nicht schlecht Das war echt nicht gut Äh, das war eigentlich schlecht Ashley Ah, wo ihr glaubt Und wir haben so gut Oh 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 Bis zum nächsten Mal.